ARTURJUSEN 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 Hallo allen! Hey alle! Wir sind Lukas und Arthur Jusssen und wir stehen vor dem Konzerthaus. Dieses Jahr sind wir Artist in Residence und heute nehmen wir euch alle mit behind the scenes. Behind the scenes. Backstage. Komm mit! Komm! Hey! Oh, guck mal! Da sind wir! Oh, hübsche Männer da ja! Hey, guten Morgen! Guten Morgen! Alles gut? Wie geht's euch? Super, super! Gut geschlafen? Ja, wunderbar! Freut uns wieder hier zu sein! Bis später! Tschüss! 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 Und dann gehen wir diese Treppe rauf. Und dann macht einer dann Tür öffnen. Meistens fragen wir dann noch immer, wie viel steht bei Bayern? Und wir sagen hier zwei, zwei, eins, zwei, eins. Okay, super! Und dann hoppa! Dann gehen wir. Unglaubliche Saal! Das bleibt schön, ne? Immer! Aber wenn man hier reinlauft, der Saal ist voll, das Applaus fängt an, das kann man, denke ich, hundertmal machen oder zweihundertmal. Aber das ist, das gewöhnt nicht. Und das ist auch das Schöne daran. Wir freuen uns riesig auf unserem Rezital hier im großen Saal. Das ist wirklich eine große Ehre für uns. Nur wir zwei mit einem großes Programm. Und es gibt immer so eine besondere Art Intimität, werde ich sagen, wenn es nur zwei Klavier oder ein Klavier gibt. Und also das ist nur die Musiker und das Publikum. Also wir freuen uns da sehr auf. Es ist eine spezielle Gelegenheit für uns. Und wir hoffen euch alle da zu sehen. Genug Plätze hier, große Saal zu füllen. Also bitte kommt alle! So, gehen wir etwas essen! Und trinken! Kantine! Das müssen wir auch! Weiter geht's! Man muss auch essen und trinken. Aber wir essen nicht zu viel bevor ein Konzert, weil dann hat man so einen dicken Bauch. Die Armzüge sind sehr eng. Hallo! Hallo, alles gut! Guten Tag! Ja, super! Dürfen wir einen neuen Currywürste bieten? Ja, hätte ich auch gerne. Ja? Zwei Köpfen! Magst du dir auch Kaffee? Kameramann Kaffee? Kameramann Kaffee? Oder Bier? Zum Wohl! Die Atmosphäre auf der Bühne ist natürlich wunderbar, aber manchmal sehr seriös. Da wird musiziert. Alle sind 100% fokussiert, konzentriert. Und dann hier ist die Atmosphäre zwischen den Musikern auch ganz anders. Alle sind relaxed. Man redet über verschiedene Sachen. Auch Musik, aber auch Fußball, das Leben, Männer, Frauen. Aber was passiert in die Kantine, bleibt in die Kantine.